Und da sind wir wieder zurück bei Donkey Kong 64. Ja, ich habe eben noch den Ballon gemacht. Mit den super guten Herdnüssen. Beziehungsweise haben ja alle den Zielmodus. Ähm, helfen bei den Ballons aber noch nicht. Ging aber relativ fix von der Sache. Jetzt schreiben wir hier noch, warum kann Tiny? Oder warum kriegt sie denn hier einen Zugang? Boah, ist doch schlecht. Die haben gleich zwei Leben rein. Hä? Okay, ich kann auf jeden Fall raus. Aber kann ich noch mal rein? Ja, muss ich. Naja. Irgendwas muss ja passieren. Jetzt hätte ich das ja nicht machen können. Aber, ne. Bei den anderen war es nicht. Boah. Bei den anderen war nichts. Definitiv nicht. Nur bei den beiden jetzt hier. Äh, ich sehe gar nichts. Teleport. Okay. Hier ist die Glasscheibe. Ich nehme das kleine. Ah, komm mal hier. Oh, aber noch ein. Alter, das ist auf jeden Fall ein Ding und eine Fee. Ähm. Ich mag die Fee gar nicht, ne. Jetzt denke ich. Ich... 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 Oh, die war... Oh, das war Gott gut. Oh. Oh. Oh, ich muss die... Die Maus ist gar nicht im Bild. Ach ja, das habe ich eingestellt. Ich habe bei Minecraft die Maus im Bild. Wenn man sieht, wo ich immer hinklick. Oh mein Gott, herrlich. Wie sieht das gut aus? Frage. Ding oder Ding? Ich glaube, wir machen das so. Teleportieren uns dann weiter. Komm doch rein. Hey, du bist in meinem Kopf. Ich muss erst durchspringen. Hier. Äh. Ich will da nur rein. Ich will da nur. Ich will da nur. Ich will da nur rein. Testing? Oh, das kennen wir doch irgendwoher. Oh nein. You are again. I managed to get hold of the another side of the banana. But if you can beat me. Okay, 210 Punkte press to speed up and use. Ba ba ba. Alles klar. Oh my god. Oh my god. Ich weiß gar nicht, wie kacke es ist, damit zu fahren. Besonders hier nicht alle Dinger zu verlieren. Oh my god. 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 Wie soll ich denn ein C-Münznetz noch bekommen? Ja. Ich will einfach nicht. Hier. Ich will nicht. Ich würde nicht mal Raketen oder so Boah, ist das mies Ah, diese Kisten, die nervig sind Probieren es doch mal Wie probieren es doch mal Guck mal, die kleine Snitch von dem Auto Guck mal, die kleine Snitch von dem Auto Okay, 10 Münzen hätte ich Ich muss hier nur die kleine Ranskarte noch einholen Oder nicht? Oh, come on Ich muss da einen Trick geben, dass man die kleine Ranskarte irgendwie einholen kann Oh Bettlack Amarsch Bettlack, der ist doch tausendmal schneller als ich Bis hier vorne eine Enge habe ich den versucht einzuholen Du hast kein festes Ding, wo du mit fahren kannst Das Ding schleudert mich Oh, kann ich gleich nochmal neu starten hier Schlimm ist, der kann ja die perfekte Strecke fahren Ich habe immer noch diese blöden Fässer vor mir Sie kann auch noch durchfahren Und dann Und dann Und dann Ja Ah Hallo Ey du kleine Sau, ne Oh mein Gott, Gott so haben wir 14 Stück gehabt, wir hätten noch mit 13 noch gewinnen können. Wir haben gewonnen. Gibt mir meine Banane, danke schön, jetzt schon 211, jetzt brauchen wir keine Bananen mehr, jetzt brauchen wir nur noch Dinger sammeln, ich will nichts anderes mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier geswitcht werden. Okay, kommen wir jetzt hier durch, hier geht's nicht durch, aber hier geht's weiter, ah hier ist ein Ballon. Ah, das sind die guten Dinger. Ja, das sind die. Bisschen mehr Speed. Zeit. Was ist denn jetzt hier, ist eine Lampe? Oder ein Ding, wo wir reinfallen könnten. Hm, hier geht's aber nicht weiter. Das heißt, es muss... Okay, das ist ja auch noch was. Das heißt, das werden wir auch mit irgendeinem noch erfahren. Mal schauen. Aber da fallen wir bestimmt irgendwie runter oder so. Und dann kommen wir da und dann müssen wir wieder zurück, dann müssen wir hier durchs Schloss. Und da haben wir noch Mütze vergessen, 92 Stück, ich weiß auch. Da sind die so einfach so paar Mütze in dem Level sind, dass man die dann alle sammeln müsste. Aber da ist ja auch Spaß, man kann's ja irgendwann... Hast du alle Dinger und dann hast du... ...drum gekommen zum Beispiel, glaub ich, alles schon. Ich glaub, jeder hat schon sein Stuff. Ähm... Oh, jetzt kämen sich... Oh ne, was einfaches, okay. Ne, doppeltes. Okay, wenn er jetzt... 1, 2, 3... Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay, ich bin fast ganz unten gelandet. und... Ar-chitos. Können wir jetzt mit viel... Ja mit viel kommen wir ja schon da hoch spawnen. Das war nicht so blöd. Aber das waren immer so... Von den Dingern 2 machen muss er eigentlich? Hier, dann gehste du da... Jetzt sagt er das auch schon... Gnug. Guck mal, der zieht doch da oben viel zu schnell ein. ein bisschen weiter runter falle ich immer in das wasser kann ich mich selbst umbringen ich will nicht mehr leben irgendwie raus sehr vorne glaube ich keine ahnung wir sind doch ich weiß wo wir sind da alles klar ich mache kurz und sehen uns gleich wieder